Auf jeden Fall, Leute, V-Prime kennt ihr ja, ne? Sehr, sehr aufwendige Videos, könnt auch gerne Like, Abo, etc. da lassen. Support ist kein Mord, Freunde, ne? Provoziert, weil es die ganze Zeit hin und her geht schon wieder mit Ballers. Hier, Digger, du bist ein Bastard. Ey, das ist der gleiche Wagen, ne? Nein, egal, ist mir schluss, ich schalte den raus, ey, ist der, gell? Nein, fit, und dann fährst du weg. Sack für Samra. Sack für Samra. Ey, Digger, wirklich, du willst mich verarschen, oder? Du kleiner Schwanz, halt deine Schnauze. Digger, ich fick dich gleich, du Ocker, Junge. Ja, da schlägt man mal aus, wenn du mich ficken willst, Digger. Ja, nein, ich steig gerne. Ja, dann komm her, Digger. Nein, hier, Digger, hä, Digger, hä, was war'n hier? Hier, du kleiner Bastard, Junge, du kleiner Bastard, Junge, du, kleiner Bastard, Junge, du, gerade alle sterben, die Runde, komm mal her, du Bastard. Ja, ähm. Ich glaube, was passiert. Hier. Opfer, wir aus dem Tod, Digger. Ich arme. Ja, Wolf. Bitte entfernen. Oh, hau mit dein Zeiss Traktor hier ab, die Penner. Ich kann auch gerne weiter hier fahren. Hau mit dein Traktor hier ab. Ich war doch. Wie weit wird danach? Ging ist. War's mehr? Hast du nicht geschmeckt, so? Gar kein Problem. Danach ging es für mich, äh, die Organisatzer für eine kurze Zeit, dann kommen wir wieder bei der Mafia. Welche Chips sind die, äh, sind ihre Lieblingssorte? Oh, meine? Ja. Eigentlich die von Lace, Sour Cream, ne? Find ich schon already. Äh, noch eine Frage, ich bin in den Planeten, wo ich das nicht warst, ne? Ja. Äh, was? Digga, was macht der da? Du hast jetzt rennt dich in die Scheiße gegriffen, würde ich mal sagen, mein Freund. Kommen sie mal hier zur Seite, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, das ist nicht sein fucking Ernst, oder? Das ist wirklich nicht sein fucking Ernst. Ich hab doch nicht alles im Griff. Hände hoch. Bleiben Sie stehen. Die laufen schon weg. Jungs, wir sterben uns, ihr frotzen, Alter. F90, F90. Wow, 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 wow. Alter, der liegt. Ey, 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 ey. Hier liegt noch einer, hier ist noch einer. Weiter, weiter, weiter. Hä, Digga? Wir haben wieder einen... I. jetzt liegt ja auch noch alter ich wollte nur einen witz machen hatte ich wollte nur einen witz machen wieso liegst du den hallo oder ich habe gerade meinen ich habe gerade meinen führerschein gemacht wir sind sowas von tot also wenn ihr jetzt nicht alle hier anfällt sind wir tot ist ein fünf rote fahrzeuge in den kanälen ja ja wir versuchen es aber schwierig das problem ist dass die bett fragt sich auch immer selber ein bisschen im weg stehen wie bitte droppst du droppst die haarbombe weil ich dich hier anfahre aus versehen ich hab dumm gesagt hast du nicht wohnsohn gesagt oder was ich hab's doch genau gehört raff dich mal du vogel ehrlich spaß dir was denn das für eine grove alter liebe frackverwaltung geht doch da mal rein die sind auf dem das kann man auch nicht das kann man nicht beleidigen nicht nicht beleidigen was ein voll idiotiger a few moments later kommen wir mal aussteigen 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 ey der pittet dich schon wieder was ist mit diesem potz denn alter ach du scheiße das sind viele die müssen jetzt hier mal ein mach mal einen abflug hier erst mal mach mal einen abflug hier ein bisschen recht hinten ey warum schmeißt das hier aus nein steckt aus steckt aus ich hab gegen gedrückt warum er mich rauskriegt was klack komm raus du und kämpf weil einige haben da echt also da ist es auch wenn sie gleich die letzte geisel sehen ich weiß nicht was er gemacht hat aber ey nicht schießen nicht schießen ja nicht schießen nicht schießen nicht schießen woher ne machen wir jetzt machen wir der andere Frage ist der LS Video direkt 10 4 Carlos was Auseinander genommen ja ich bin noch da alles gut ja Frank du bist da mal vor die Regierung wir brauchen jemanden damit umdrehen wir das so gut jetzt Casino mit C, nicht mit K. Oh Gott, Doni, was ist passiert? Hallo, Doni? Was machst du denn hier? Ach, du bist das ehrlich. Aua. Lass mich liegen! Lass mich liegen! Ich laufe mit dir zum Krankenhaus. Ich laufe mit dir zum Krankenhaus. Ich rette dich. Lass mich liegen! Ich laufe mit dir zum Krankenhaus. Ich schwöre es dir, mein Gott. Ich schwöre es dir, mein Gott. Ich werde dich retten. Hallo, ich werde dich retten. Nein, ich laufe zum Krankenhaus. Wie, Herr? Wo weißt du, wo ich bin? Das ist echt Zufall, wirklich jetzt. Kein Spaß. Ja, genau. Zufall! Ich wollte zum LSD fahren. Genau. Hallo, leg mich doch einfach da hin! Was machst du? Ich laufe zum Krankenhaus. Kevin! Ich schwöre es, mein Gott. Ich laufe zum Krankenhaus. Was habe ich denn gemacht? Ja, was warf, Doni? Was warf, Doni? Jetzt kriegst du hier die Retourkutsche dafür. Nein, bitte nicht. Ah, Kevin, hör auf damit! Hör auf damit! Ich glaube, der Officer muss noch mal zum Krankenhaus. Oh, jo, jo, was passiert hier? Was passiert hier? Ist jemand rausgesprochen? Sind die alle drinne? Ja. Ja. Ich glaube, wir haben noch den bösen Geist von der... Ich glaube, wir haben den bösen Geist der Soldaten noch dabei. Hallo! Hey! Ich glaube, die rächt sich aus der Hölle. Die rächt sich aus der Hölle. Hallo! Ich bin bereit. Ey, ich bin bereit. Hallo! Ja, ja, ja! Warte, hab ich... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich geb mich selber rein. Vorsicht! Du bist worthless, immer wenn ich dich dann seh, ja, dann tu das wie er will, ja, ja, du bist worthless, Augen wie an dir an dem, aber trotzdem tu das weh, ja, ja, du bist worthless, immer wenn ich dich dann seh, ja, dann tu das wie er will, ja, ja, du bist worthless, Augen wie an dir an dem, aber trotzdem tu das weh.